Was haben Sie, meine Damen und Herren, nicht alles schon gesehen? Also konkret in diesem Raum, was ist nicht schon alles... Was haben Sie kulturell nicht alles schon gesehen? Das ist ja so viel schon! Und jetzt... Ja, jetzt wir. Ja, und ich möchte nicht, dass Sie sich blamieren bei denen, die Sie heute mitgeschleppt haben. Ja klar, wir wollen nicht, dass Sie nachher rausgehen und sagen... Nein, das ist jetzt so. Wir wollen, dass Sie nachher rausgehen und sagen... Dass Sie nachher zum Kasselfräulein gehen und sagen, ha, ist verpasst. Ja, genau. Also, wir wollen, dass wenn Sie wieder ins Geschäft arbeiten gehen, dann... Ja, wenn ihr ins Geschäft, dann könnt ihr um den Chef sagen. Hey, Chef, gestern Abend, im Schauspielhaus... Oder auch, wenn Sie selber der Chef sind. Ja, kannst du mal, hey, schau, hey, super Chef. Ja, oder? Ja, das ist auch... Oder wenn Sie nachher, einfach nach der Vorstellung, wenn Sie vielleicht anders sagen, wenn Sie nachher draussen im Freude sind, dann kann man... Ja, dass ich könnte... Dann kann man sagen, hey, das ist jetzt aber... Äh, das ist jetzt... Wie heisst es, wenn es noch richtig... Äh, wenn... Äh, wenn... Äh, wenn... Also, du gehst nachher raus und sagst... Du hast das Gefühl, dass es geht und nachher... Und dann ist es noch viel mehr. Ja. Ja, kennen Sie... Und dann... Und dann... Aber es ist noch... Okay. Und dann bist du nachher... Und dann bist du nachher... Und dann bist du nachher noch im Bett und denkst... Was? Kannst du überhaupt nicht mit... Das ist... Wie heisst es, wenn man so... Wenn man so... Es ist nicht einfach... Es geht... Aber es ist auch... Es ist auch so... Ja, genau so! Es zieht der Vollfell ab! Genau! Ja! Hey! Das ist aber jetzt... Aber... Genau so! Das ist... Genau so! Weisst du es so? Macht man! Hey! Technik... Technik... Bring das noch mal! Ja! Stell dir vor, wir gehen nachher zum Kassenfräulein... Und sagen dem geschlossen... Hey! Dann, du hey! Puh! Super! Oder nachher morgen im Geschäft kannst du... Du kannst auch sagen... Hey, Chef! Das ist jetzt aber so... Das ist ja so... Wahnsinn! 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 Unglaublich! 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 So ein Leck, was ich da gesehen habe... Im Schauspiel aus Fassel... Wenn ich das mal meinen Enkelkindern erzählen kann... Das ist ja unglaublich! Unglaublich! Oder so besonders! Oh ja! Besonders! Ja! So speziell! Aber besonders! So anders! Besonders! So neu! Besonders! 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 Besonders!